So, Nostarafo, Fan-Unterschreibung. Was ist der Fan? Bitte grüß die anderen Fans. Unterschreibung-Action mach ich ja grad gar nicht, Mann. Ich mach hier grad den hässlichsten Wolf aller Zeiten. Was haben die so für Nasen? MCM ist auch da. Ey, komm! Ne, scheiße, es wird ja... Ich glaub's nicht, wer heute alles vertreten ist. Auf dem Theaterplatz 2013. Alle sind so da. Sie macht Videos, sie läuft rum und verarscht die Leute, ey. Ich muss... Nee, das nicht. Ich will Polizistin werden, ja. Ich will Polizistin werden. Nein, dann hab ich gleich... Ey, ich mach mir grad den Sam, guck mal. Der sieht richtig, richtig gut aus. Aber ein, was hab ich nicht gedacht, weil die Fuchsschnauze ist ja eigentlich das hier. Das heißt, sein Kopf muss jetzt quasi hier hoch gehen. Mal noch Muschen. Mal noch Muschen. Ja, genau, mal den Sam drunter. Ich hab's voll raus, Mann. Der sieht doch nicht schlecht aus. Der hat jetzt einen winzigen Hals. Oh ne, scheiße. Nee, das geht nicht gut. Das ist ein schöner Fuchs. So, die Pointe kommt erst am Ende des Videos. Nee, nicht die Pointe, der Witz. Der Witz ist, hier hängen Kinder auf dem Theaterplatz. Oh, und übelst besoffen schon alle. Oh, übelst krass, Alter. Gestern hab ich so ne 13-Jährige gesehen, die hat, naja, die hat mir Anschein gemacht besoffen zu sein. Wer weiß, ob's nicht wirklich war. Mann, Leute, den Kindern mal wirklich mal Respekt beibringen. Ist das ein Portsvideo und wird das übelst lang? Ja. Ja, Mann, nicht. Weil, wenn die Puerhance am Ende kommt... Dann gucken's alle bis zum Ende an. Punkt, 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 Punkt. Hast du was für die anderen Fans zu sagen? Nein. Kennst du mich überhaupt? Was? Kennst du mich überhaupt? Natürlich, ich kenn jeder mal. Ja, ich hab ein Video von dir gemacht. Siehst du sozial? Komm, sieht der gut aus oder sieht der gut aus hier? Aber hier... Ich hab voll was, voll was braunlos gemacht. Mach das hier drauf, aber ohne das die Kratzung. Du hast dich da gekratzt, Mensch. Nee, Katze, Worte. Die Katze, die Katze ist aber gleichmäßig. So, dein Facebook-Namen ist bestimmt dein Richtiger, oder? Nein. Kannst du mal meinen richtigen Facebook-Namen, MCM-Stefan, komm drauf rein schalten. Kannst du mich mal essen. Schreib MCM-Stefan. Schreib MCM-Stefan. Number One Fan... Oh, oh. Scheiße! Mach Family draus. Family... Ist gleich... Nee, toll, da müssen wir ja ihren Nachnamen wissen. Family... Der ist ja wichtiger. Family ist gleich MCM. Scheiße, Mann. Und Number One Fan... Scheiße. Ist jetzt dein Vorname. Carolin. Carolin. Ja, witzig. Oh, was wird Antonin da dazu sagen? Ist gleich... Das Video wird jetzt in der Mitte getrennt. Keine Ahnung, da stand grad Daten werden verarbeitet oder so. Echt? Ja. So, Muschipenis. Ähm... Hier, schreib mal was drunter. Treuen drunter. Original... Echt? 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 Nimm mal die Kamera, Jens. Jens, Mann, was machst du denn hier? Das ist Carolin. Echt? 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 Welchekiej, das lustig. Nicht andere wusste. Livebяд. Live Kopfhörerschanking. So, ich bin Herodes, der berühmte. Film mal, wie wir nebenandere stehen. Hier. Hab ich extra hergeholt. Hier, hab ich extra aus den Alpen hierher. Film mal, wenn du eccelo weg. So, bis man das Bild besser sieht. Du haust keine Kameraskills? Alter, die pessoal sieht ja auch. Nee, die Profi, eine UAV-Worte! Oh, nett. Oh, geil, der Pärs dasương! Schön. Emblem. Pass auf, jetzt kommt gerade die Pointe. Ich muss euch jetzt was Lustiges zeigen. Guck mal, guck mal, der macht diesen... Ubelster Skandal, Lord Abaddon-Skandal, Alter. Robben ist in Wirklichkeit Lord Abaddon. Ne, einer fest ist an, dann seid ihr tot. So, jetzt der übelste Witz. Da müssen alle zugucken. Alle zugucken jetzt. Warum wir nicht Skateboard-Tricks hier beibringen? Wir brauchen jetzt hier Platz. Oh, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Mach doch mal ein bisschen mehr Action, so ein bisschen drehen. Nicht so, sondern eher so drehen. Shaky Cam. Ja, schon klar. Super. Jetzt müsst ihr alle den Witz angucken. Jetzt kommen die Pointe. So Leute. Achtung. Ihr seht doch alle diesen Schalen hier. Ja? Ja? Jetzt kommt's! Ist das ein hübscher Schal? Der ist wunderschön. Nein, das ist kein hübscher Schal. Ach so doch. Der ist wunderschön. Das ist ein... Das ist kein... Das ist kein... Das ist ein so nicht hübscher Schal. Das ist ein ziemlich feminine... Es ist ein Schal für Frauen. Das ist nämlich... Diese Farb war so. Jetzt zeig ich euch mal, was mir meine Oma heute für eine Jacke geschenkt hat. Das kann sowohl Mann als auch Frau anziehen. Ist hier nicht wunderschön? I wanna dance the world. Das hat mir meine Oma geschenkt. Und das I wanna... Und das... Das glänzt. Ja, und da sind so Sterzen drin. Aber das kann man als Mann und als Frau anziehen. Das ist absolut... Das auch, ja. Und meine Oma... Ja, und meine Oma hat mir erzählt, sie hat mal jemanden im Fernsehen gesehen, der das auch getragen hat. Das ist jetzt ganz modern. Und wenn man was im Fernsehen... Vielleicht war das Olivia Jones oder so. Nein, das war ein Mann, der das getragen hat. Ach nee, das ist ein Mann. Weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht, was es ist. Ja, und das war jetzt die Peronte. Ja. So kann's ausmachen. Okay.